In diesem Excel-VBA-Video geht es darum, eine Bildlaufleiste zu erzeugen, die nicht fest mit einer Zelle, sondern Variable mit mehreren Zellen verbunden sein kann. Hallo und willkommen zu diesem Tutorial. Nachzulesen gibt es das auch auf theosblog.com vom 2. Februar 2014. Und da gibt es dann auch in einer ZIP-Datei diese Datei zum Üben. Und an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Thomas Ramel für diesen Regler für den Code. Und zwar soll hier folgendes passieren. Ich klicke hier auf eine Zelle und man sieht, der Regler passt sich hier voller Ausschlag auf 100 an. Ich kann hier Einzelschritt den Wert nach links und nach rechts bewegen, kleiner und größer fahren. Ich kann jedoch auch, das ist ein ActiveX-Steuerelement, ich kann jedoch auch mitten in die Fläche klicken und dann bewegt er sich jeweils in 10er Schritten oder nach rechts um 10 größer. Und jetzt der Clou. Wenn ich auf die nächste Zelle klicke, nimmt der Regler diesen Wert an und ich kann diese Zelle hier verändern. Dieses Steuerelement beinhaltet einen Code, der auch dafür sorgt, dass wenn ich hier außerhalb des Bereichs klicke, in dem ich eigentlich arbeiten möchte, dass hier der Regler dann nicht aktiv ist. Jetzt hat er nämlich nichts zu tun. Oder wenn ich hier zu viel markiere, klicke ich aber eine Zelle an, kann ich wiederum diesen Wert hier verändern. Dann schauen wir uns an, wo der Code verankert ist. Ich drücke mal Alt F11 für den VBA-Editor und ich sehe hier, es ist kein extra Makromodul da, sondern übers Tabellenblatt, Projekt Alpha, so heißt das Blatt, wird der Code in das Ereignis Selection Change eingefügt. Und zwar heißt der Regler Objekt Regler und das Tabellenblatt guckt halt auf sich drauf, gibt es das Ding. Ja, und dann wird das entsprechend angepasst. Und zwar wird geprüft, ob die Zelle, in die ich hinein klicke, ob die sich im Datenbereich Range Werte bewegt. Mal gucken, hier diesen Bereich, den habe ich benannt. Und zwar schauen wir mal, Formeln, Namensmanager, der bezieht sich nämlich hier direkt immer auf die Daten, die hier in dieser Spalte Werte drin sind und passt sich dynamisch entsprechend an. Also, bei einer Schnittmenge des Klicks, den ich mache und dem Wertebereich, wo meine Zahlen sind, die ich ändern möchte, wird dann nochmal geprüft, if Target Count gleich 1, ob hier nur eine Zelle markiert ist. Und wenn ja, verbinde dich mit der Adresse dieser Zelle, aktiviere dich. Ansonsten kriegt der Regler halt keine verbundene Zelle, darf nichts ändern, bekommt den Wert 0 zugewiesen und kann auch gar nicht geklickt werden. Das ist der Code. Moment, wechsle hier nochmal hin. Das heißt, es wird bei jedem Klick, bei jedem Klick, Selection Change, wird geprüft, ob ich mich innerhalb dieses Bereiches hier befinde. Klicke ich irgendwo anders hin, gibt es bei Intersect, bei Intersect keine Schnittmenge. Wenn die Schnittmenge nichts ist, also wenn die nichts ist, dann gibt es halt keine Schnittmenge und der Regler wird deaktiviert. Wie ist der Regler hier überhaupt gebaut worden? Wie kann man diesen Regler erzeugen? Dafür muss das Register Entwicklertools aktiv sein und bei den Entwicklertools gibt es unter Steuerelemente einfügen. Zum einen die Formularsteuerelemente, dort gibt es Regler, Bildlaufleisten, dort gibt es aber auch die ActiveX Bildlaufleiste und die ist hier gewählt worden. Der Punkt ist, wenn man diese ActiveX Bildlaufleiste wählt, wenn man die direkt hier mit gedrückter Alt-Taste verschiebt, rastet die auch direkt an den Gitternetzlinien an. Also, man kann diese Bildlaufleiste im Entwurfsmodus, kann man die ändern. Ich kann sie jetzt klicken, sie ist aber mit nichts verbunden hier. Sie ist mit nichts verbunden. Wenn ich auf Entwurfsmodus klicke, kann ich die entsprechend verschieben. Und wenn ich auf die Eigenschaften klicke, auf die Eigenschaften sehe ich, das Ding heißt Scrollbar 1. Dieses andere Objekt, das habe ich halt Objektregler genannt. Dann habe ich die Farben geändert. Ich bin jetzt wieder auf meiner Neuerwerbung hier. Ich habe die Farben geändert, ein bisschen dunkler gemacht, einfach ein bisschen dunkler gestaltet. Und dann gibt es so etwas wie Large Change. Large Change, das ist das, wenn man hier mitten reinklickt, Small Change, gibt es hier auch, es ist alphabetisch geordnet. Das ist der Klick auf die Pfeile. Dann setze ich halt den Large Change auf 10, den Small Change lasse ich auf 1 und dann gibt es hier noch die Linked Cell. Ja, und da steht gerade nichts. Und dann sage ich einfach mal, diese Zelle hier ist das. Ja, die Zelle, was ist das? J5. Gucken wir nochmal. Du bist verbunden mit der Zelle J5. Einfach eingetragen. Ich lasse das mal. Scrollbar 1 ist der Name da oben. Scrollbar 1. Hier, der Name, ich kann das auch umbenennen. Scroll, Scrollbar 1. So, dann ist das entsprechend umbenannt. Ja, so kann ich es dann auch im Code ansprechen. Wenn ich jetzt den Entwurfsmodus ausschalte, kann ich hier entsprechend die Werte hochschalten, den Balken bewegen. Ja, und der bewegt sich hier irgendwie kaum. Ich habe nämlich auch nicht gesagt, Moment, das hole ich nochmal nach, Entwurfsmodus, Eigenschaften, Moment, ich muss ja auch draufklicken. Was ist denn der Maximalwert, den das annehmen kann? Das ist hier Integer. Oh, das ist ein bisschen hoch. Und dann nehme ich mal einfach den Wert 100, von 0 bis 100. In 1er oder 10er Schritten. Das ist der Bereich, den dieser Bildlauf, den dieser Scrollbar hier bewegen kann. So, und damit das hier noch so einen Schatten dahinter gibt, habe ich einfach folgendes gemacht. Ich habe über Einfügen eine Form genommen. Diese Form habe ich hier in den Hintergrund gezeichnet, mit gedrückter Taste Alt. Dieser Form habe ich dann einfach gesagt, ja, du bist halt grau, ohne Rahmen und kriegst du einen Schatten. So, mal gucken, der Schatten, da ist der Schatten. Und dann habe ich diesen Bildlauf da wieder drüber gesetzt. Moment, ich muss dafür noch sorgen, dass der an der Ebene nach vorne kommt. Leg den hier mit meiner Alt-Taste drauf. Und dann habe ich hier den Schatten hinter der Scrollbar. Also, einfach ein bisschen getrickst. Nochmal vielen Dank für die Umsetzung an Thomas hier. Ich hätte wahrscheinlich das Ganze mit dem Formularsteuer-Element probiert, wer daran gescheitert. Ja, ActiveX hilft dir. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.